Prüfungsthemen vom Fachwirt. In diesem Video geht es darum, welche Themen denn relevant sind und vor allem, ob man sich mit einem Rahmenplan, hier exemplarisch Rahmenplan für Industriefachwirt oder Rahmenplan für einen Wirtschaftsfachwirt, vorbereiten sollte. Mein Name ist Patrick Grabowski vom Digitalen Weiterbildungsinstitut und in dem Video sprechen wir darüber. Der Rahmenplan zum Beispiel hier für den Wirtschaftsfachwirt umfasst, sage ich mal, knappe 50 Seiten und wenn man natürlich eine Weiterbildung macht, dann ist so ein Rahmenplan relativ gut, weil da stehen praktisch alle Inhalte drin, die vermittelt werden müssen. Und wir klären in diesem Video die Frage, soll man sich damit vorbereiten? Und meiner Meinung nach nein. Der Rahmenplan ist nämlich die Basis für alle Inhalte, die vermittelt werden müssen. Wenn man sich aber mal die alten IHK-Prüfungen anschaut, dann erkennt man, dass sich gewisse Themen regelmäßig wiederholen. Und es gibt praktisch sehr wichtige Themen, so A-Themen, nenne ich es mal. Und dann gibt es halt Themen wie B-Themen, die kommen halt nicht so stark und nicht so häufig dran in der Gewichtung. Und dann gibt es halt C-Themen, die kommen halt ganz, ganz selten dran und geben nur minimal Punkte. Das heißt, wenn man sich die alten IHK-Prüfungen anschaut, lässt sich daraus auch ganz genau ableiten, welche Themen kommen wie oft dran und wie viele Punkte gibt das. Und man kann dann natürlich auch eine Prognose ziehen. Das haben wir mit der Pareto-Analyse bei jeder IHK-Prüfung von jedem Weiterbildungskurs, den wir anbieten, auch genau analysiert. Und dann bekommen unsere Teilnehmer natürlich auch im Kurs praktisch die Informationen bereitgestellt. Ganz wichtig ist hierbei hervorzuheben, ich sage nicht, dass man nur mit alten IHK-Prüfungen lernen soll oder dass man nur praktisch auf Lücke lernen soll. Das sage ich nicht. Ich sage ganz klar, dass wenn man am Anfang die Weiterbildung startet, dann hat man hier praktisch 50 Seiten mit Inhalten, die man lernen muss. Ja, und lernen sollte, weil das ist praktisch die Basis für die Prüfung. Aber wenn man praktisch auf die Prüfungsvorbereitung hingeht, dann sollte man sich ganz bewusst alte IHK-Prüfungen zugrunde legen und das Wissen, was man gelernt hat im Kurs, dann auch lernen anzuwenden. Ja, und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wenn man sich einen Bildungsträger aussucht, der praktisch den Fokus auf die IHK-Prüfung gelegt hat. Ja, wir als zertifizierter Bildungsträger unterrichten alle Themen nach dem Rahmenplan. Ja, dazu sind wir natürlich auch verpflichtet, weil die Teilnehmer haben einen Anspruch darauf, praktisch die Lerninhalte auch zu lernen und zu können. Ja, wichtig ist aber, wenn es dann auf die Prüfung geht, schaut euch unsere Pareto-Analysen an, schaut euch an, welche Themen kommen wie oft dran und macht genau auch diese Prüfungsaufgaben. Ja, also eine ganze IHK-Prüfung von vorne bis hinten durch mehrere Jahre, weil dann bekommen die Teilnehmer auch ein Gefühl, wie ist die Prüfung aufgebaut, wie ist die Fragestellung von der IHK, was will die IHK wissen. Ja, weil es ist essentiell. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du praktisch den ganzen Rahmenplan auswendig kannst, aber dann praktisch in einer Prüfung überfordert bist, weil du nicht weißt, was die IHK möchte. Und die IHK ist in dem Fall halt einfach etwas spezifisch unterwegs und ich sage mal, dieses Fachjargon muss man sich erst aneignen und dafür muss man ein Gefühl bekommen und diese Fähigkeit kann man halt lernen mit alten IHK-Prüfungen. Ja, immer wieder, auch wo ich praktisch die Weiterbildung gemacht habe damals, ich bin ja selber Fach- und Betriebswirt, hatte ich auch Leute in meiner Klasse, die haben mit dem Rahmenplan gelernt. Als Beispiel, die schlagen irgendeine Seite auf, lesen sich das Thema durch, kriegen praktisch die Hinweise zur Vermittlung und wollen praktisch überprüfen, hey, wo finde ich das im Skript und habe ich das praktisch gelernt. Das ist meiner Einschätzung nach nicht die Aufgabe von einem Teilnehmer. Der Teilnehmer soll sich voll und ganz auf den Kurs fokussieren und wir haben natürlich bei uns im Kurs praktisch auch die ganzen IHK-Prüfungen, die Inhalte eingebaut, dass praktisch der Teilnehmer auch schon herangeführt wird. Ja, weil es bringt nichts, irgendwo einen Kurs zu buchen oder zu besuchen, wo praktisch nichts mit der IHK-Prüfung zu tun hat. Ja, also es gibt halt wirklich andere Anbieter, die gehen diesen Rahmenplan durch, die machen auch, die vermitteln das hundertprozentig auch sehr gut. Ja, die vermitteln das wahrscheinlich auch fachlich sehr gut, aber die IHK ist einfach sehr spezifisch in dem, was sie will und wie sie es abfragt und da muss man halt auch, sage ich mal, den Teilnehmer ein bisschen unterstützen, dass er dafür halt auch, sage ich mal, ein Gefühl bekommt, was die IHK will, wie die Antworten erläutert werden sein sollen, wie das Thema begründet werden muss in der Formulierung, was die IHK halt einfach möchte. Ja, und da gibt es halt einfach, sage ich mal, die IHK, die halt ein bisschen, ja, so in ihrer eigenen Welt lebt und da sind halt auch so die Prüfungen so ein bisschen in der eigenen Welt aufgebaut, ja, und dann gibt es halt praktisch das Fachliche, die praktische Erfahrung aus dem Betrieb. Ja, und wenn man jetzt halt praktisch nur im Betrieb lernt und es fachlich perfekt kann, dann kann es halt sein, dass die IHK da etwas anders einfach tickt in der Prüfung, ja, und das Ziel ist ja, die Prüfung zu bestehen und deshalb musst du praktisch dich mit IHK-Prüfungen auch vorbereiten. Und in unserer Pareto-Analyse zeigen wir dir ganz genau, wie, welche Themen wie oft rankommen und wie stark die gewichtet sind, sodass du weißt, okay, Seite 20 vom Rahmenplan ist zum Beispiel sehr wichtig oder Seite 25, ja, und dann übst du praktisch diese Aufgaben, diese Themen in deinem Kurs, ja. Und dementsprechend Rahmenplan, schön und gut. Meiner Einschätzung nach braucht es aber keinen Teilnehmer, das ist Aufgabe vom Bildungsträger und halt auch, dass du dann am Ende die Prüfung erfolgreich bestätigst. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen, dein Patrick.